genau es ist 22 uhr wenn ich jetzt wüsste ob keiner mehr im haus ist also im haus war noch die fat lady vorhin gut so weit ist das auch nicht weg wo ich jetzt bin 0,8 kilometer aber ich komme erst morgen früh rüber war wo bist du denn also ich bin jetzt im haus ich auch und keine ahnung hat den zombie reingebissen ich durfte hier meinem lieben netten kater hier ein bisschen platz machen ja hauptsache der kater hat platz war ich bleibe jetzt die nacht hier noch bin ich versteckt wo bist du ich bin oben habe ich hingekniet ich bin aber versteckt im dunkeln ich habe da irgendwas gesehen die laufen an mir vorbei ich bin oben im haus ich bin draußen ich habe meinen schlafsack hier oben gelegt und da sind leider zombies ja schön oh 10 läuft bei uns ich bleibe jetzt ich bewege mich einfach nicht am besten verstecken ja irgendwo eine dunkle ecke suchen wenn ich hier könnt ihr meine tasche auch noch looten das online fette lady hier im haus schon wieder komm her du misst mal ich habe eine pistole für dich die helder echt übel zu viel aus war was wenn man so verbrannte räume jetzt abhackt kriegt man kohle raus so ich bewege mich hier kein stück mehr ich habe sie tot eine eisenschaufel so und ich bewege mich jetzt auch kein stück mehr ich bin jetzt hier am felsen habe ich mit dem rücken zur wand an den felsen gehofft ich habe die drei fenster vorne im blick und ab und zu kuscht aber eine vorbei ich bin ich hier nicht weg es ist alles so dunkel kann ich mal meine achse reparieren weil ich keine stein habe das hört sich an als wenn da so ein polizist und irgendwie rumläuft alles klar ne es ist denke ich mal hier sondern waldmensch oder so oder die weg mama naja habe ich denn jetzt schon skill punkte ja kann man ja mal in ruhe hier gucken ich kaufe jetzt einfach mal hier tools missing und dann gucke ich mal ob unser zeug besser wird dadurch ich habe noch keine skill punkte ich habe noch kein zombie gekillt putting things back to camera has never been your strong point but you get more useful items when taking them apart ok wenn ich mit construction tools arbeite kriege ich mehr zeug raus das deswegen kriegen wir auch von bäumen wahrscheinlich weniger holz aktuell noch ok ok weapons missing da habe ich auch mal im punkt rein war ich spezialisiere mich mal wieder wenn es geht nach waffen und werkzeug ok ok und was macht ihr angel baut wieder ja was mache ich ja ja du machst von allem ein bisschen kleidung farbe es gibt ja so viel zeug ja ich sehe schon ich habe hier einen kohlehaufen vor meinem blickfeld es gibt sogar einen neuen reiter der heißt painting das ist ein eigenes kapitel für sich painting farbe ja alles schweinchen rosa baby blau ich mache das ich habe auch keine ahnung von farbe ich glaube ich habe gerade die verbindung zu euch verloren ich kann euch nicht mehr hören dann solltest du mal deine verbindung überprüfen mhm da war gerade so ein komisches störgeräusch aber dieses painting wenn du guckst das sind alles bücher die du finden musst ja da kannst du also nichts lernen oder so ne das habe ich auch schon gesehen ja lauf schön vorbei ganz doll versteckt batteriebank muss auch finden mhm treasure hunting mhm also ich sehe oder denke mir so irgendwie ist die alpha 16 ein bisschen mehr loot lastig geworden mhm aber es macht ja nichts warum höre ich die zombies nicht ich habe doch jetzt die hintergrundgeräusche höher gestellt die machen nicht immer den ton wenn sie kommen die schleichen sich auch manchmal an ja aber das öh machen sie auch nicht immer ja der sucht mich jetzt verschwinde vier stunden verschwinde ich sehe noch drei stunden ist ja um vier mhm also ich nehme mal hier bad mechanics was ist das putting things back together has never been dass du mehr harvest rauskriegst mhm keine ahnung dann kommt drauf an was du nutzen möchtest ich werde dann wieder auf messer gehen ja ich auch aber messer habe ich im moment noch nicht ich habe noch keinen knochen gehabt stimmt hätten wir aber schon längst haben können weil ja wenn man die klein gemacht hätte vielleicht ja ja wie lange bleibt denn jetzt eigentlich meine tasche da liegen das weiß ich nicht mhm ich sage aktuell nicht sehe achso ich bin ja ich storm nochmal danach ohne inhalt ja dann hoffentlich liegt sie noch im haus oben du musst da eine treppe leinen da hab ich ja eine gesehen mhm meine müsste auch da oben da jetzt hat er mich oben irgendwo liegen weil er died ich habe ihn nicht gesehen er hat dich gefunden er hat dich gefunden du ihn nicht zwei oder drei das blöde ist ich wache da jetzt wieder auf oder wie spät haben wir es wir haben es zwei muss ich nur ein bisschen warten bis die wieder abhauen ne weil die sind jetzt gerade nur am essen okay und ich habe mein mein äh dinges mein bett da genau daneben das wäre ungünstig mhm so was machen wir denn schönes ich könnte ja spawnen nie in mein bett da könnte ich auch draußen ne ja dann bist du draußen vielleicht irgendwo neben eng ja ich guck da ich versuch das mal in dir in mein bett und dann gleich beginnen so ach so wie es ausschaut muss ich schwimmen um zu euch zu kommen hm ja gut das kann ich nachts schon mal in angriff nehmen kannst du jetzt schwimmen ja klar weil die zombies können ja immer noch nicht schwimmen die laufen am fußbooten immer noch rum ok ok ja ein glück mhm ja wala du bist nicht ich glaube nicht weit weg von mir wie cocky hinterm felsen ich sehe nichts ich komm alles dunkel das ist neu dass man jetzt die betten reichen auch von euch sieht auf der karte sieht man die bett also wenn man die bett voids setzt hat man ja so ein bett zeichen ja das geht und ich sehe jetzt wallert sein geh weiter nein ja weiter wenn ich auf der karte gucke sehe ich jetzt ein grünes bett also ich sehe eure betten nicht ich sehe nur meine jetzt bist du bei meinem bett gleich in der nähe wallert bei meinem schlafsack mhm immer nur ein bisschen weiter nach müh nach links gehst dann musstest du irgendwo ein felsen sehen und dahinter sind da rennt aber ein zombie rum so ein äh 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 ah so ein zombie so ein alter mit so einem braunen trägertop dickerer und fetter so ein alter mit einem braunen trägertop unser unser spasti den haben wir mal spasti hinein ach so steh dich nicht wo denn hier Leon du bist vorbei ich sitze hier richtig in der Ecke hat sie sich gut versteckt war ja ja genau hallo hallo ich sehe dich nicht unter dir du musst nicht hin hocken richtig in der feldspalte sitze ich drin ja du hängst in mir drin ähm Entschuldigung aber ich sehe dich nicht ich sehe kein nichts null jetzt ne äh ich bin richtig in der feldspalte drin cool ich sehe nichts mach mal die augen auf ich hab die augen auf und es ist auch schon heller aber ich sehe nichts ist keiner da aber ich spüre da hast du gerade ich hab dir gehauen ne ja ja ich habe mich gewundert äh ich geh mal ein stück zurück ich komm mal zwei schritte raus gekrochen jetzt vielleicht nein ich geh halt mal da komplett raus es sind ja nur noch 10 minuten ich mach mal einen neustart schon da wieder ja ja ich sehe ja nichts verstehe ich ne ich sehe nicht warte mal ich zieh mal meine meine schuhe aus und wieder an ja wenn meine maus sich das mitmachen lässt so ja jetzt jetzt ja toll da ist sie wieder immer noch das schuhproblem gut immer noch das schuhproblem ja genau und hier in der feldspalte kann sich richtig schön verstecken sieht ein zombie nicht rückwärts rein ja ich hab die kohle kohle gefunden ja es ist 4 uhr yeah ich geh jetzt mal gucken ob mein rucksack da da liegt aber hier sind noch so viele zombies ja gut dann kommen wir dann machen wir die erstmal platt ähm rechts äh links ist unser komischer zabel zombie und rechts keine ahnung was das für einer ist das sieht für mich neu aus vielleicht so ich habe keine pfeile mehr noo noo Taro und dann nehmen wir den den hauer komm hier ach das ist ein biker hehehe der ist ja riesig ja ok wollen wir dann das haus erstmal übernehmen oder wollen wir daneben in der nähe irgendwo was bauen ähm ich glaube haus übernehmen erstmal haus übernehmen ja ok kann ich das jetzt reparieren ja du solltest doch die axt reparieren komm schwimmen einfach schwimmen einfach schwimmen einfach schwimmen ja jetzt mache ich weil ich da einen punkt reingesetzt habe äxte mit level 50 ok also funktioniert das schon mal also nicht mehr mit mit einfach äxte herstellen wie blöde sondern man muss wirklich da punkte reinhauen ja 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 so war das nejo und ich habe jetzt zu kämpfen mit diesen blöden heinie da vorne ja mam mam ich hasse das nicht mit meiner maus doch mehr ausdauer würde ich gerne ich bin ja noch mal bei euch im kaktus gelaufen ich habe nur noch 18 ja oben im haus ja dann passiert doch nichts da kannst du drauf rumhauen ja ich muss ihn erst mal treffen ja da kommt noch ein anderer zombie das ist ein weiter wie wo seid ihr denn beim haus ach da junge ich hab nichts nämlich die axt ich habe gar nichts gekillt das war weil hat eine waffe nee aber weil das hat den gekillt ja ich habe geschossen ja aber er brennt nur weil ich schieße so nicht dass ich alles abräumiert ich kann das schießen auch nicht ich bin blöd jetzt muss ich erst mal meinen rucksack wiederholen hier oben ja ich glaube das ist jack seiner hier unten an der treppe ja und meiner müsste direkt neben meinem rucksack rucksack ja hier da 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 das ist da ist ja nichts drinnen gewesen könnt ihr mir so zu sagen wo meiner ist das meiner jetzt weg alles weg weiß ich nicht ich habe nicht gesehen ich weiß ja nicht wo du gestorben bist ja ich bin hier oben dann haben die den platz gemacht oder was das ist meine immer noch muss er doch erst ausräumen ach hier liegt nur einer könnte meiner sein hat jemand noch platz die zwei dinge aus meinem rucksack zu nehmen ich habe mal mit drauf rum mich auch jetzt liegt er wirklich im küchenschrank na toll vielleicht wacht er noch mal auf hat er hat sich ja gut da reingestellt ja darf ich auch mal was looten fängt es dir schon wieder schön an ich habe ihn nur gehauen bisschen eine dose zu essen so ein knochen noch eine dose zu essen da ist noch ein rucksack hier ach so dann nehme ich mal ja das müsste mal noch irgendjemand nehmen hab ich hier ist sogar eine Forge das ist doch genial runde mais na denn so aber ich kann mal wieder nichts mitmachen ich bin grad drin ach so ich hab grad mein eisen reingepappt ok äh wo ist denn meine axt ach so na ich schmelze erstmal hier alles ein was wir haben so ich hole mal meine bedrolle pack die dann oben hin und dann mache ich hier eine neue tür rein ich habe schon eine ist gut dann machen wir die kaputt wer macht die weg die treppe nach oben hacken wir bestimmt wieder so ab dass wir damit ein frame was hochrischen ne könnten wir tun ja mhm mhm ähm bis ah sorry hier oben und ich hab hier ne bettrolle gesetzt kann mir bitte jemand helfen kommen ähm ja ja komm schon wie kommen denn die jetzt hier rein keine ahnung hat jemand ein paar schweine für mich oder kann jemand eine axt für mich machen ja mache ich braucht noch jemand der petrol ich habe meine ja da hinten schon gesetzt alles da so und habe ich immer noch keinen knochen ich setze man ja natürlich und in und außen kann man ja nicht doch was die drehen also hier brauchst du keine tür setzen das ist ein balkon ich muss erst mal jetzt baum erst mal lieber hier die die anderen löcher zu wo sie auch reinkommen könnten was denn ich habe jetzt natürlich setzt wo keiner hin soll jetzt eine axt machen können ja es dauert geht das schon wieder los hier liegt eine da liegt eine da liegt eine da habe ich doch schon mal halt wo du wo treibst du dich noch draußen ich habe auch eine axt für dich ja ich komme jetzt schon wieder hier vom bäumchen und bäumchen gefällt ich war neben dir war es neben mir schon so was soll erst mal die löcher jahle zu habt ihr noch irgendwie schon vorgefertigte frames oder so ich hatte nur zwei die hatte ich vorne an der tür die wollte ich dann auch fertig machen was brauchen wir denn steine tonnenweise steine es ist wahnsinn ja also zwei habe ich schon mal hier liegt noch irgendjemand sein rucksack kann sein dass es recht meiner ist ein bisschen holz eine kohle ein bisschen fiber ok habe ich mal hergemacht das ist schon weg danke ich das holz und die feiler welche feile holz ein bisschen fiber und eine axt eine kaputte die ganze zerlegen schon gemacht ich habe ein knopfen zwei hier rein zu fälligerweise ein bisschen holz übrig hat hier gerade nicht braucht ich baue mal ein baum ab wenn du mir die knochen gibt es kann ich dir 50er messer dafür machen ja moment aber waffen bin ich auch gerade bei 50 wo bist du denn draußen stein hat steinchen klein ich wollte noch ich baue erstmal den baum da bei eigentlich müsstest du ja steine klein machen wir kriegst ja mehr loot oder zeug wenn du damit baust oder keine ahnung ja ich denke was kriegst du jetzt pro schlag aus dem baum raus was die haben muss muss ich mal gucken ich habe jetzt 31 aus dem kleinen baum ist nicht gerade prall ne sieht man ja keinen samen mehr aus den bäumen ne das ist auch ein kleiner so ein 900er oder 600er ein kleiner kriegst ja nicht aus allen bäumen aus den 1200 dann denke ich ne ne aus dem bäumen hier in der savanne glaube ich überhaupt nicht ich hatte nur 300er bogen also das ist etwas gebühnungsbedürftig hier mit den herstellen von waffen und so dass man das nicht mehr so es gehen kann ja sogar aus dem baum krieg kohle raus aus dem verbrannten ja okay immer nur einen aber oder 1 2 3 sind denn die spikes immer noch so teuer wie immer denke ich ne die kleine spikes kosten 20 holz ok das waren doch immer 100 war das ist schon mal gut so 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 ach so ich bin verstrahlt ich habe antibiotika ich habe noch sechs zum leben sechs leben im haus sie sind mal raus sie sind mal raus dann kann ich auch mit drauf haben also ich muss hier weg ja deswegen ja soll das herausgehen einfach ich habe nur noch sechs leben macht nix ich packe immer da in den küchenschrank den mit den sprüngen die mit den sprüngen hat er das sind auch gleiche Waffen und Zeug noch mal drin könnte auch gleich mal alles rausnehmen ich gucke mal ein Meser und dann haue ich die Knochen da noch rein die zwei und ein bogen nehme ich mir wo im kühlschrank war ja jede menge drin habt ihr das essen habe ich da rein ach so dann muss ich es wieder zurückpacken irgendwo muss es ja erstmal hin einmal antibiotik habe ich ja ne ne na klar ich hatte auch mal antibiotika in meinem ehrenrucksack aber keine Ahnung ich habe auch so dieses honig pack ich da mal rein mach am kühlschrank am besten in honig ok ach den antibiotika in der shortcut leiste unten dann kann ich ja na dann passt doch so ich gehe dann erstmal nochmal holz klopfen gucken wo ist denn der kühlschrank da unten in der küche ja da pack ich noch mal die beiden eier mit rein das da erstmal holz finden hier voller alter schreck ja selbst die blöcher da müsste man ein bisschen ins grüne und irgendwo holz hacken damit wir auch ein paar Samen haben und so ich habe drei bäumchen gepflanzt draußen aber bis die wachsen das dauert halt schon wie kriege ich es nun mein leben wieder hoch essen trinken äh first aid bandagen vielleicht auch auch ja weil ich habe dann noch eine von nehme ich die jetzt mal hm wo war denn das jetzt hier ist ja jetzt zerstört das Gebiet auch mit keine ahnung wenn du ein bisschen nach osten läufst war nicht so weit paar meter und schon dann zerstört gebiert also ganz viel eisen da und ein häuschen ich bin im level zu niedrig und warum ich wollte gleich die nächsten dings lernen damit ich noch bessere werkzeuge und so machen kann da muss der level 5 sein ok ist nicht mehr so einfach ne ne aber wenn man auf so karte macht die mal auf ich weiß nicht ob ihr das schon freigelegt habe wo ich bin ja da drunter sind so schwarze striche was könnten das sein weiß ich nicht musst du hingehen ist doch gleich neben dir ich bin grad am holz hacken und äh hab nicht keine energie so mal gucken ja nein meine axt ist kaputt kann ich die reparieren bestimmt ich kann dir aber auch einfach ne neue machen ja das auch bitte aber ich muss äh da braucht man immer einen stein für ich würde jetzt hier den baum erstmal fertig abhacken ja ja axt liegt wo denn hier da ach da ach schau die ey was macht macht die axt denn ich drück eh und die kommt einfach nur ein stückchen auf mich zugerutschen ja dann halt mal eh gedrückt dann läuft sie wieder weg oder was genau ja weil es an einem berg ist und dann kugelt sie halt wieder runter ähm haben wir eigentlich in der nähe irgendwie wasser gehabt war das ein Punkt ja da ist mehr wasser überall ja ich brauche ein bisschen weniger ja da weißt du was wir vielleicht auch langsam erstmal bauen sollten das ist ein campfire war ich habe da steins gebaut achso bloß äh uns fehlt dann noch ein kochpott achso um wasser zu kochen hä stimmt da war ja auch wieder ein problem ja ich muss jetzt erstmal einen bogen bauen ich hatte dir auch erst ja ne ich weiß aber ich muss einen bauen achso als quest ja ich wollte gerade sagen ich hatte dir doch gerade eingebaut ja also irgendwie ist das ein bisschen härter geworden alles hier war ja ja gut oder sind wir einfach das gewöhnt weil wir aktuell überhaupt nichts können ja genau oh ich habe schon wieder ein gebrochene Bein ja danke spiel ja genau irgendwie kommt es mir so vor als sind die zombies ein bisschen blöder geworden ja inwiefern ja dadurch dass man sich jetzt quasi ducken und verstecken kann ja ich stehe hier in dem haus und schieße ein zombie nach dem anderen ab die stehen auflaufen im kreis und wissen nicht wo ich bin ja ja dafür ist äh ah sitzen jetzt die 0850 zombies wow denk mal äh wow 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 nein Mist er hat mich erwischt er hat mich doch erwischt er hat mich doch erwischt ich hätte es nicht sagen sollen ja 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 ist ja nicht so wild ja doch ich bin tot komm steh wieder auf ja das ding ist wenn der äh wenn die axt kaputt ist kann ich die nicht mehr reparieren warum nicht und ich nicht die level habe ich habe auch kein level du brauchst den großen stein ja okay dann muss ich mit dem stein ich habe noch nichts gelevelt gar nichts den 50er kannst du dann trotzdem ja klar ja ich habe gedacht das geht nicht geht es mal dann runter im wert ja ich wollte deswegen wollte ich den ja reparieren jetzt haben nur einen runter oh ein bär äh ne das bin ich ne ne das ist ein bär wo bist du denn schon wieder ich will meine tasche wieder holen ähm du warst doch vorher grün jetzt bist du blau mhm ok ich bin nicht schon immer blau mhm ne du warst erst grün achso ich habe die treppe hier weg gehauen und ab dafür und folgen nein nicht schon wieder ja ja na ey dieser blöde büroangestellte wer will mitspielen bei uns nix gäbz und die mitspielen bei uns ey ich sag noch pass auf nö 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 n導 ein Büroangestellte. Das ist ganz gefährlich. Ja, vor allem mit einem Schlag gestunt und dann kommst du nicht mehr weg. Keine Chance.